Der Erklärbär Nummer 38 Duden Der Duden ist ein bekanntes deutsches Wörterbuch, das von der Verlagsgruppe Duden herausgegeben wird. Das Wörterbuch enthält die Bedeutungen von Wörtern und Begriffen und gibt Informationen darüber, wie sie korrekt geschrieben und gebraucht werden. Der Duden ist das am häufigsten verwendete Wörterbuch in Deutschland. Es gibt verschiedene Ausgaben des Dudens, die sich an verschiedene Zielgruppen richten, wie zum Beispiel Schüler, Studierende, Lehrer oder Fachleute. Der Duden wird regelmäßig aktualisiert und erweitert, um die neuesten Entwicklungen in der deutschen Sprache zu berücksichtigen. Das Wörterbuch ist ein wichtiges Nachschlagewerk für alle, die sich mit der deutschen Sprache beschäftigen. Der Duden hilft beim Verfassen von Texten und beim Korrigieren von Fehlern. Der Duden wurde im Jahr 1880 veröffentlicht. Und hat sich seitdem zu einem wichtigen Referenzwerk für die deutsche Sprache entwickelt. Im Text unter diesem Video findest du eine Auflistung aller Videos des Erklärbären, die bereits veröffentlicht wurden. Und gib uns bitte ein Like. Und da sich seitdem zu einem wichtigen Veröntung aller Videos des Erklärbären. Und da sich die Antworten zu einem guten Tag, wie zum Beispiel das Erklärbären. Und da sich die준�eren. Und da sich die Zukunft транzieren. Und da sich die+,D-Johann-Kang-Kang-Kang-Kang-Kang-Kang-Kang-Kang-Kang-Kang-Kang-Kang-Kang.